Die Zukunft! Die Zukunft! Die Zukunft! Die Zukunft! Danke! Wir wollen darüber reden, was in Zukunft hier auf meinem Kanal so los sein wird und wie sich das Ganze in Zukunft verhalten wird. Im Hintergrund zählt hier ein Counter-Strike Global Offensive Gameplay und zwar eine Runde Competitive auf Mirage. Und das war eine recht kurze Runde Competitive, deswegen habe ich die gewählt. Die geht so knapp 20 Minuten oder so und die Gegner waren irgendwie auch voll retarded, genauso wie ich. War auf jeden Fall eine ganz interessante Runde, deswegen habe ich die mal genommen. Aber ich möchte jetzt auch nicht viel auf das Gameplay eingehen, das soll jetzt nur für den Hintergrund dienen. Auf jeden Fall wollte ich ein bisschen was labern in Sachen Zukunft. Wie wird es weitergehen mit Zekro? Was ist so geplant und so weiter und so fort. Was ist da los? Was geht ab? Und auch mit Jokel Army und alles mögliche. Habe ich mal vor kurzem wieder ein bisschen sinniert, wo ich ein bisschen, sagen wir mal nicht langeweile, aber ein bisschen kreative Phase hatte und habe ich mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Und auch darüber nachgedacht, wie das halt weitergehen wird. Euch ist sehr aufgefallen, wenn ihr auch die ganzen Infovideos und so weiter und so fort da vorgesehen habt, dass ich meinen Kanal halt so ein bisschen umgestellt habe, weil ich halt keinen Bock mehr hatte auf diese typischen Let's Plays, sage ich mal so. Also diese live kommentierten Videospiel-Ausschnitte. Und deswegen habe ich mich halt so ein bisschen umgestellt, habe mir ein paar Vorbilder besorgt, nach denen ich auch so ein bisschen meine Videos richte. Weil ich mache sehr gern das, was ich auch sehr gern schaue. Und deswegen habe ich mich halt, wie ihr schon gesehen habt, wahrscheinlich in letzter Zeit ziemlich stark auf sowas wie Edits oder so kleine Kurzmontagen oder so, die ein bisschen kreativ bearbeitet sind und so weiter und so fort fixiert. Weil ich sowas zur Zeit auch lieber schaue, als so lange Let's Play-Folgen und so weiter und so fort. Und ja, da habe ich mir vor kurzem gedacht. Im Grunde genommen, also ich möchte nur nochmal kurz sagen, das war jetzt die ganze Zeit eigentlich nur so ein bisschen experimental gemacht. Weil ich habe in letzter Zeit ziemlich viel beobachtet, wie werden die Videos geschaut, wie viele Leute schreiben da Kommentare, wie sehen die Kommentare aus, ist da viel positives Feedback mit dabei, ist da viel negatives Feedback mit dabei, ist da überhaupt Feedback mit dabei, wie viele positive Bewertungen gibt es, wie viele negative Bewertungen gibt es, wie lange werden die Videos geschaut und so weiter. Das habe ich alles so ein bisschen analysiert und habe da so ein bisschen meine Schlüsse draus gezogen. Ich mache ja das hier mal aus, damit das nicht so blöd aussieht. Und da habe ich so ein bisschen draus geschlossen, dass es nach diesen Statistiken recht gut bei euch ankommen sollte. Auch die Kommentare haben eigentlich immer recht gut gesprochen. Und jetzt wollte ich einfach nochmal von euch unter diesem Video, dass einfach mal jeder, der dieses Video jetzt schaut und sich bereit dazu fühlt, einfach mal einen Kommentar abgibt und sagt, ja, ich finde das alles super, wie es so ist, es ist eigentlich nichts Verbesserungswert, was eigentlich nicht stimmen kann, weil man überall noch irgendwas verbessern kann. Aber wenn euch irgendwas einfällt, wo man noch was verbessern könnte auf diesem Kanal, dann schreibt das bitte mal in die Kommentare, das würde mir sehr helfen. Weil ich sage mal so, ich habe noch so eine kleine Community, da kann man auf jede Meinung eingehen, was unglaublich nützlich ist. Und da kann ich halt einfach sagen, ja, ich kann es halt einfach besser auswerten, wenn vielleicht nochmal fünf Leute mir sagen, jo, das kannst du noch verbessern, das ist gut, das ist schlecht und so weiter. Also wenn man das 10.000 Leute sagen, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist ja so, kann man sich ja dann nie auf alle Meinungen im Einzelnen konzentrieren. Und deswegen möchte ich das noch so ein bisschen ausnutzen. Ich mache ja die Videos auch für euch und nicht für mich. Sie sollen ja euch unterhalten. Und ich habe mir einfach so überlegt, eigentlich wäre es schon gut für diesen Kanal mal wie so eine Art Restart zu durchzuführen. Das heißt jetzt nicht, dass ich alle meine Videos löschen werde und komplett neu anfangen oder einen neuen Kanal aufmache oder so. Nein, ich habe mir einfach überlegt, ich habe ja schon hin und wieder mal so ein paar Videos aussortiert, die mir nicht mehr gefallen haben, auch Projekte aussortiert, die mir nicht mehr gefallen haben. Und ich dachte mir jetzt einfach, um einen knallharten Schlussstrich zu ziehen, werde ich jetzt alle Let's Play Projekte auf Privat stellen, vorübergehend, außer Take It Light. So. Und da muss ich jetzt auch sagen, das schließt dann auch knallhart Saints Row mit ein. Ihr wisst ja, Saints Row, das haben wir vor einer ganzen, 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 ganzen Weile mal mit Dominik angefangen. Und dann kam irgendwann nichts mehr, weil Dominik dann aufgehört hat, Videos zu produzieren. Ja. Und wie das da jetzt in dem Projekt weitergeht, das weiß ich auch noch nicht. Lol, wie der eine Typ da hängt, fällt mir gerade auf. Läuft bei ihm, Alter. Alles klar. Nee, auf jeden Fall habe ich keine Ahnung, wie das da weitergeht. Und vor allem, wie das weitergehen wird. Also ich kann euch schon mal eins sagen, Saints Row wird wahrscheinlich nicht in Let's Play Form bei mir weitergehen. Höchstens in einer Art Montage oder so wird es bei mir weitergehen. Aber nicht mehr in diesen klassischen Let's Play Folgen. So, und da ich auch noch kein Zeitfenster habe, wann das wäre, wann das weitergehen würde, fällt es mir auch unglaublich schwer, das einzuplanen. Das ist nämlich ein Riesenproblem zur Zeit für mich, auch mit Jockel Battle. Dass sich Dominik da zur Zeit recht wenig drum kümmert. Soll jetzt kein Vorwurf an Dominik oder so sein. Ist okay, wenn er da meint, dass er jetzt erstmal seinen Kanal irgendwie auf die Reihe bekommen will oder was weiß ich. Aber, naja, ich sag mal so, ich bin da mal gespannt, was da kommt. Weil, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, was da so viel Aufwand auftreiben würde, dass es so lange dauern würde, das durchzuführen. Weil, Motivation hat er ja wahrscheinlich, so kommt es mir auf jeden Fall rüber. So, und solange ich noch diese Ungewissheit habe, wann irgendwann wieder Videos bei ihm kommen werden, ist es schwierig zu kalkulieren mit irgendwelchen Serien und Projekten. Auf zum Beispiel Jockel Army oder mit Saints Row und so weiter. Wir wollten ja auch schon seit langem mal dieses GTA Let's Play machen, was denke ich mal auf jeden Fall noch ausgeführt werden wird. Da er Johannes jetzt seinen neuen PC hat, deswegen hat sich das ja eigentlich so verzögert. Das wird dann aber bei mir entweder, wird es bei mir halt nur in Montage Form hin und wieder mal kommen. Und, ähm, vielleicht werde ich da auch das in Let's Play Form manchmal auf dem Jockel Army Kanal bringen. Das muss ich dann einfach mal schauen, wie ich das dann manage. Auf jeden Fall kann ich euch eins sagen. Ich werde wahrscheinlich keine Let's Plays mehr auf diesem Kanal bringen. Außer Take It Light und Commentaries. So, und ansonsten wird halt das Programm aus zufälligen, kurzen Videos bestehen. Das können halt so Game Edit Serien sein oder Game Montage Serien. 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 Ach, ich gehe nach Hause. Serien wie zum Beispiel Socken an oder so. Das finde ich halt, sowas finde ich halt richtig cool. So, ich weiß nicht, ob es vielleicht den einen oder anderen aufgefallen ist, aber zum Beispiel dieses Projekt Socken an, das ist so ein bisschen orientiert an, ähm, das Projekt, äh, We Suck, beziehungsweise Biba Suck von Biba Nator. Weil ich den halt, äh, als ziemlich großes Vorbild nehme, ähm, in Sachen, äh, Video-Producing. Äh, so wie er das macht, fände ich das nämlich ultra cool. Und ich will auch ein bisschen mehr CSGO auf meinem Kanal einbinden, da es zur Zeit mein Lieblingsspiel ist. Und ich will halt auch, äh, euch Abwechslung bieten. Und das heißt auch, dass ich viel, äh, Zeit in meine Videos stecken möchte, was halt auch mit sich bringt, dass ich halt seltener Videos bringe, das habe ich euch dann öfters mal, ähm, erklärt. Und ich denke mal, ihr habt euch damit abgefunden. Nur da ich halt so selten Feedback bekomme, weiß ich halt nie von euch, ob das jetzt echt, äh, ob ihr das okay findet, oder ob ihr euch dann denkt, na gut, da gucke ich halt seine Videos halt nicht mehr, oder so. Ähm, da können wir das, äh, schon Bescheid sagen. Übrigens Monster-Aim hier echt am Start, ohne Witz. Aber ich glaube, die Runde habe ich auch frühes um drei oder so gespielt, keine Ahnung. Ja, dazu wär's das auf jeden Fall schon mal. Und, ja, die Hälfte ist circa rum. Dann kann ich nämlich noch mal kurz was anderes anschneiden. Ich habe vor kurzem mal wieder ein bisschen rumsinniert und mir auch mal alte Videos von mir angeguckt. Und ich hatte, ich habe irgendwie, ich bin irgendwie mittlerweile der Meinung, dass solche Projekte wie, äh, Survival Island, Revers Wild, Survival Island Staffel 2, das ist echt schon, das, das, das war eigentlich schon cool. Das war eigentlich schon cool, weil, äh, ich fand diese Atmosphäre, sich abends, freitags mal hinzusetzen, so ein bisschen aufzunehmen, ähm, alle zusammen ein bisschen zu quatschen, ein bisschen kacke zu machen. Und ich fand das echt voll cool, das, das, das war dann immer so dieses Highlight, worauf ich mich gefreut habe jede Woche. Ähm, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass sowas irgendwie wieder richtig cool wäre, würde man das jetzt nochmal ins Leben zurückrufen. Sowas wie Survival Island oder so, sowas Gechilltes, jetzt nochmal mit allen Leuten zusammen aufzusetzen. Das ist jetzt nochmal so eine Idee von mir, ich habe das auch mit den anderen bis jetzt noch gar nicht abgesprochen, weil es einfach, ähm, zur Zeit nur so eine Idee von mir war. Was wir denn hier davon halten, wenn wir auf Jockel Army wieder mal so ein Projekt machen, was so circa ist wie Survival Island, dass wir halt so ein bisschen in Minecraft was machen, ähm, und dann da halt ein paar Folgen kommen, so 30 Minuten lang, ungeschnitten, ganz normale Let's Play Folgen halt, auf Jockel Army, äh, wo vielleicht mal der eine mal was hochlädt, der andere mal was hochlädt, mehrere mal was hochladen, um erstens den Kanal mal ein bisschen zu beleben, und zweitens vielleicht auch diese alten Let's Plays trotzdem weiterzuführen, weil ich fand das eigentlich schon ganz nice. Weiß nicht, was ihr davon halten würdet. Also ich würde es auf jeden Fall cool finden. Ich muss das natürlich dann noch mit den ganzen anderen Leuten absprechen, wie das sein wird, und ich habe auch nicht die Sorge, dass es wieder so wird wie früher. Ähm, ich meine nicht, die Leute, die den Kanal schon länger verfolgen, werden ja das Dilemma mit, äh, Survival Island und Beversus Wild erkannt haben, was, äh, mich bis heute noch ein bisschen, äh, sagt, weil, wie schon gesagt, ich fand die Projekte halt echt cool, und die hatten auch Potenzial. Es hat sich dann halt immer nur verlaufen, und dann gab es diesen Punkt, wo es auseinandergeschlagen wurde, durch verschiedene Gründe, ähm, aber ganz ehrlich, ich hätte halt jetzt, nach dieser ganzen Zeit, wo mir auch mal andere Sachen gemacht haben, auch mal wieder Bock auf so ein Minecraft-Projekt, auch so ein Vanilla-Projekt oder so. Und da will ich auch gar nicht von irgendwelchen Mod-Packs reden, sondern halt primär einfach nur dieses gechillte Zusammenspielen von Minecraft, was ganz gechillt sein soll, ohne irgendwelche Probleme, auch mal mit ein bisschen neckigen, äh, Trolls und so, aber ohne Streitereien großartig. Das, das, sowas wie, so, wie G plus pH, was ja Vorsicht betreibt. Das wäre, das, das würde ich übelst cool finden. Wir würden da alle mitziehen, das würde ich übelst feiern. Ja. Ich weiß nicht, was ihr davon halten würdet. Ist einfach nur mal so eine Idee von mir gewesen. Und man, ich würde es, wie schon gesagt, dann auf Jocke Army bringen. Die Sache ist natürlich, ne, alle Minecraft-Projekte mit mir sind scheiße. Das ist, das ist so ein Problem, Leute. Das ist einfach, das lässt sich nicht mehr, das lässt, das lässt, sich nicht mehr beseitigen. Ich denke mal, die Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, werden wissen, was ich meine. Ähm. Aber, aber ich weiß nicht, ob ihr sowas supporten würdet. Also ich würde das auf jeden Fall sehr cool finden. So ein bisschen, dass man halt wieder sowas machen würde, dass man sich da so eine Insel einrichten würde, dass, dass wir dann zu viert als, als Jocke Army dann jede Woche da immer mal so drei Folgen oder so rausballern. Ähm. Wir würden es dann vielleicht auch mal abwechseln mit den Folgen. vielleicht auch mal wieder andere Gäste mitmachen, wie zum Beispiel Vorsicht, dass man den mal einladen könnte, dass man auch mal generell andere Gäste einladen könnte. Ähm. Und ich denke mal auch nicht, dass wieder so Streit und so ausbrechen würde, weil es, es liegt ja jetzt schon einige Zeit dazwischen. Und auch, wenn das vielleicht nur ein halbes Jahr oder ein Jahr ist, ich persönlich muss sagen, ich habe mich, äh, in der, in der letzten Zeit ziemlich, äh, sage ich mal, entwickelt. Vielleicht zum Positiven, vielleicht zum Negativen. Meiner Meinung nach zum Positiven. Ähm. Und deswegen glaube ich, dass das nicht mehr in so einem Chaos enden würde. Und deswegen würde ich sogar diesen Schritt wagen, dieses Projekt sogar mal mit Gästen, wie zum Beispiel Robert oder Basti mal wieder anzugehen. wenn die beiden Bock drauf hätten, Alter. Äh, wenn die beiden Bock darauf hätten. Das, äh, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Vielleicht nicht als dauerhafte Bestandteile, ähm, des, äh, Projekts, aber schon so als Schmankerl. Ich denke mal, wisst ihr, was ich meine? Das wäre, wäre, glaube ich, cool. Müsste ich dann bloß mal mit den Leuten absprechen. Beziehungsweise, falls die Leute gerade dieses Video gucken, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Hättet ihr Bock auf sowas? Ich weiß es nicht. Also, ich hätte auf jeden Fall Bock auf sowas. Ähm, wenn nicht, lassen wir es halt bleiben. Aber ich, ich würde mir sowas wieder mal zurückwünschen halt. Weil ich fand es eigentlich schon früher recht gechillt. Auf allem hätten wir dann auch mal so ein Projekt, wo wir alle wieder was zusammen machen können. Und ohne Sorgen da rangehen können, weil bei dem Biss in Minecraft, was willst du ja da schon für Probleme haben, die großartig auftreten können. Ähm, deswegen hätte ich da eigentlich echt Bock drauf. Ich glaube, hier wurde ich jetzt übelst, äh, nee, wurde ich nicht ranzig weggesnackt. Irgendwo wurde ich ranzig weggesnackt, aber, wie schon gesagt, ich wollte eigentlich nur auf das Gameplay eingehen. Ich habe einfach mal so ein bisschen sinniert, was man denn dazu gefangen könnte, was ihr davon halten würdet, und so weiter und so fort. Ähm, weil mich das ja auch so ein bisschen interessiert, was ihr wollt. Und, ja. Also, wie schon gesagt, um das nochmal zusammenzufassen, das einzige Projekt, was jetzt wirklich auf meinem Hauptkanal, Zekro weiterlaufen wird, was ein Let's Play sein wird, wird, äh, Ticket sein. Das wird das einzige sein. Und es wird auch nicht regelmäßig kommen, das kann ich euch ja versprechen. Das wird immer dann kommen, wenn wir gerade mal Folgen auf, äh, drüber nachdenken, wie dumm gerade die Aktion war, die da in der Runde gemacht wurde. äh, ist egal. Ja. Ansonsten würde ich vielleicht noch fragen, ähm, was mich vielleicht auch, äh, recht interessieren würde, was haltet ihr davon, wie zur Zeit, dass, äh, dass, äh, die Mischung der Spiele ist, die ich präsentiere. Also primär ist es ja zur Zeit, Counter-Strike, Global Offensive, wie schon gesagt, ist ja momentan mein Lieblingsspiel. Ähm, ich werde mich vielleicht auch ein bisschen mehr auf LOL spezialisieren, wenn wir das in letzter Zeit ein bisschen mehr spielen werden, ich und Dominik zusammen. Vielleicht auch mal mit ein paar anderen Leuten. Ähm, Minecraft wird vielleicht eben wieder auch mal wieder was kommen. Aber hättet ihr auch mal Bock irgendwie auf andere Spiele, dass wir mal so ein paar Spielsinn aus Borderlands bringen, wenn wir da mal ein bisschen was spielen. oder wenn wir mal wieder GTA spielen, dass wir da mal ein paar Spiele sehen präsentieren auf meinem Hauptkanal. Weiß nicht, hättet ihr da Bock drauf? Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Oder schreibt mal ein paar Spiele in die Kommentare. Oder, oder, wenn wir mal ein bisschen, generell, wenn wir irgendwas mal zocken. Magica, wenn wir mal Gaby's Mod oder was weiß ich zocken. Also, ähm, wir werden ja auch bald uns wahrscheinlich einen, äh, Gaby's Mod Server zulegen. Das heißt bald TTC. Das wird dann wahrscheinlich auch in, äh, Montage Form oder so weiter. Und, und so weiter und so fort. auf meinem Kanal erscheinen. Ist halt nur momentan, dass ich, äh, das Problem, dass ich momentan nicht viele Spiele spiele. Hier übrigens, ähm, perfektes Aim mit der SG. Ach ne, ist ja eine AOG. Ist ja eine AOG, okay. Ist ja, ist ja überhaupt nicht dasselbe. Hat nur fast dieselbe Physik, aber, aber ist ja egal. Weil ich bring halt nur die Spiele, die ich halt momentan auch am meisten spiele. Und da ich momentan sehr wenige Spiele spiele, ist es halt nur mal beschränkt auf, auf das Maß. Aber ich denke mal, wenn ich die neue Grafikkarte habe, wird sich da einiges, äh, wieder stabilisieren. Und einige andere Sachen vielleicht auch kommen. Und vor allem, wenn auch wieder Ferien sind, werde ich wahrscheinlich auch wieder richtig auf die Kacke hauen. Ich bin ja kein Fan vom Vorproduzieren, aber, ich glaube, da werde ich mal so wieder in Sachen Edits und so weiter und sofort mich mal ein bisschen, oder, oder vielleicht mal, sogar vielleicht mal so eine Art Shortfilm oder so angehen. Mal schauen. Hier übrigens, Kollege aus unserem Team, erst mal, wunderschön Ninja Defused. Also diese Runde, die war, naja, irgendwie schon interessant. Wenn man das so ausdrücken kann. Naja. Und, ja. Ihr merkt, mir gehen die Gesprächsthemen aus. Ich wollte einfach nur so ein bisschen drüber reden, wie es vielleicht mal in der Zukunft weitergehen wird. Vielleicht eure Meinung ausholen. Einfach mal so ein bisschen dahin labern. Ich meine, das Problem ist halt auch, wenn ich Edits und, und Montages halt mehr mache, ähm, da fehlt so ein bisschen diese, diese persönliche Komponente, meiner Meinung nach. Diese, diese Person dahinter, wenn man jetzt nicht mehr so aktiv kommentiert und so weiter und so fort. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich habe ja immer früher in meinen, äh, Let's Plays und so weiter und so fort viel erzählt und auch in Techit und so. Und deswegen habe ich halt auch diese Commentary, äh, diese Commentary, äh, was weiß ich, äh, in die Wege geleitet. Erstens, weil ich, äh, mir auch sehr gern einen Kommentar, wie ich es anschaue. Und zweitens, weil ich halt auch diese erzählerische Komponente auf meinem Kanal beibehalten möchte und nicht untergehen lassen möchte. Das ist halt für die Leute, was gibt, die so ein bisschen auch diese erzählerische mögen und, äh, für die Leute gibt, die auch gerne mal diese Kurzfilme, diese kurzen Videos mögen und so weiter und so fort. Und Techit ist dann halt für die, die sich für das Projekt interessieren. Und ich weiß auch, dass das wenige Leute gucken, das ist mir voll und ganz klar, aber das juckt mich ehrlich gesagt nicht. Ähm, es gibt Leute, die es schauen und solange es Leute gibt, die es schauen, weiß ich, dass es auch Leute gibt, die das interessiert. Und solange es Leute gibt, die das interessiert, werde ich dieses Projekt auch nicht abbrechen. Bei Saints Row und so weiter, das ist eine andere Sache. Ähm, da sind es einfach Probleme wegen der Aufnahme, Zeit und so weiter und wann das weiterlaufen wird und alles Mögliche. Ja, und vor allem bei so einem Spiel, das ist ja übrigens auch ein Megaprämium, bei so einem Spiel wie, äh, Saints Row solche Let's Plays. Ich weiß nicht, wenn ich mir ein Spiel angucken möchte, wie ein Spiel aussieht oder wie ein Spiel funktioniert, dann schaue ich mir das bei großen YouTubern an, weil ich da weiß, dass die Qualität stimmt. Und da ist es selten, dass man mal auf kleine YouTuber stößt. Deswegen finde ich irgendwie den Sinn von Let's Plays teilweise ein bisschen sinnlos, außer man hat diese, diese Gabe wirklich unglaublich unterhalten, dabei zu erzählen, wie das zum Beispiel bei Kronk oder so der Fall ist. Aber ich denke mal, solche Leute gibt es wenige. Und ich bin, ich bin glaube ich auch nicht einer, der es schafft, ähm, bei einem Spiel so gut zu kommentieren. Allein vor allem, ähm, dass es unterhaltsam ist. Glaube ich nicht so recht. Hier übrigens fail der Woche. Ja. Ähm. Deswegen werde ich da wahrscheinlich mich ein bisschen von diesen Let's Plays distanzieren, außer wie schon gesagt, wahrscheinlich dieses Minecraft Let's Play. Ich, desto mehr ich davon, desto mehr ich darüber überlege und desto mehr ich, äh, das durchplanen, wie das, wie das laufen würde, desto mehr Bock habe ich da drauf. Ich glaube, ich muss mal Johannes, Martin und Dominik da mal so richtig überreden, dass wir das machen. Ich meine, Dominik muss ja nur mitspielen, muss ja nicht unbedingt aufnehmen. Martin könnte dann mal wieder ein paar Videos für Jockel Army produzieren. Johannes auch. Johannes hat ja jetzt einen PC, kann ja mal was tun. Ähm. Achso, ja, jetzt hier war GameChange. Ähm, ich kann euch schon spoilern, die letzte Runde werden wir auch noch gewinnen. Also, ich weiß nicht, was bei dem Gegner-Team los war. Ja, wahrscheinlich gedacht, wir haben an. Haben wir aber nicht gehabt, glaube ich zumindest. Also, ich hatte nicht an. Ja. Und, was ich vor allem geplant habe, ich will auch mal ein bisschen mehr mit anderen Leuten machen. Und da würde sich halt dieses Jockel Army-Projekt auch ziemlich gut dazu eignen. Ich würde zum Beispiel auch gerne mal wieder was mit Vorsicht machen. Mit dem guten Alten. Ist ja in letzter Zeit ein bisschen schleifen gegangen. Werd vielleicht auch mal wieder bei G plus per A mitmachen. Und generell auch mal so. Mal gucken, ob ich vielleicht auch ein paar andere YouTuber in unserem, äh, Größenmaß finde, die Bock haben, vielleicht bei uns so ein bisschen mit einzusteigen. Weiß ja nicht, ob ihr da drauf Bock hättet. Wie schon gesagt, da würde sich halt dieses Minecraft-Projekt super lohnen, weil viele Leute haben Minecraft. Viele Leute mögen Minecraft. Und da kann jeder so ein bisschen was machen. Brauchen nicht erst eine Story oder so spielen. Kann da jederzeit einsteigen und aussteigen, wann er will. Das wäre eigentlich ziemlich nice. Naja, schreibt mal eure Meinung zu den ganzen erwähnten Themen in die Kommentare. Und, ja, da würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Wann auch das nächste Mal wieder sein wird und was auch das nächste Mal wieder sein wird. Keine Ahnung. Aber wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, liebe Leute. Auf Wiedersehen. und dann geht's weiter.